Stern des Eintracht? Etwas Ungewöhnliches geschieht mit einem aufstrebenden Stern, das alle ratlos zurücklässt. Ja, du hast richtig gehört. Bleib dran, denn dieses Rätsel dreht sich um Ansgar Knauf, jenen Spieler, den du wahrscheinlich erwartet hast, auf dem Spielfeld im SG-Trikot zu glänzen. Bevor wir alle Details preisgeben, wenn du ein echter Adler-Tröger bist, hinterlasse einen Daumen hoch unter diesem Video, um die neuesten und spannendsten Nachrichten über unseren Verein zu erhalten. Das letzte Mal, als wir Ansgar Knauf im Einsatz für Eintracht Frankfurt gesehen haben, war am zweiten Spieltag der Bundesliga, vor einer ziemlich langen Zeit. Seitdem fehlt er und wartet sehnsüchtig auf seine Chance unter Trainer Dino Topmüller. Überraschenderweise war er nicht einmal Teil der letzten Kaderaufstellung des SGE. Was ist los mit diesem vielversprechenden 21-Jährigen? Frankfurt ist in letzter Zeit gestrauchelt mit Unentschieden gegen vermeintlich schwächere Teams in der Bundesliga. Und Knaufs Abwesenheit in den letzten Spielen ist niemandem entgangen. Aber hier kommt die Wendung, es handelt sich nicht um gesundheitliche Gründe, er ist weder verletzt noch krank. Die Gründe für seine Nichtberücksichtigung sind rein sportlicher Natur. Ja, du hast richtig gehört, es handelt sich um ausschließlich leistungsbezogene Gründe, die Knauf aus der Mannschaft ausschließen. Die Konkurrenten haben seinen Platz eingenommen, Namen wie Philipp Max, Erik Dina Ibimbe, Nielsen Kaunku und Buta sind inzwischen die Stars auf den Flügeln. Knauf, der im Januar 2022 von Borussia Dortmund zum Eintracht Frankfurt wechselte, war bisher ständig präsent und bestritt insgesamt 54 offizielle Spiele in allen Wettbewerben. Aber derzeit scheint er in einer schwierigen Phase zu stecken. Trainer Topmüller sucht offensichtlich nach einer positiven Reaktion des jungen Talents. Ihr hofft, dass Knauf den nötigen Willen zeigt und in Trainingseinheiten und Spielen erneut glänzt, ansonsten droht ihm ein unangenehmer Abstieg bei Eintracht Frankfurt. Adler Träger, erzählt uns in den Kommentaren, was haltet ihr von dieser Wendung in Knaufs Karriere? Wird er sich erholen und wieder für unseren Verein glänzen können? Ja oder nein? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt eure Gedanken. Gebt dem Video ein Like, um eure Unterstützung für unseren Verein zu zeigen und abonniert den Kanal, um alle wichtigen Updates zu erhalten. Hier erhalten wir euch über die wichtigsten Nachrichten auf dem Laufenden. Bleibt dran, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Video.